Ich warte eben bis er dich aufgegessen hat und dann geht er weg und dann... Oh! Wartet einfach mit... und haltet mein Dings ins im Auge. Scheiße. Nein, der Starmi hat sich aber komplett wieder aufgefüllt. Ja, wenn ich nimm mal alle Markutikfeile mit, ne? Ja, genau. Du hast die schon mitgenommen. Für den Gallimus? Was brauchen der Gallimus so? Ich meine, der Walle wird drei. Und der braucht auf jeden Fall Machos. Hast du Machos? Warte. Machos. Machos. Okay. So ein Gallimus. Ich guck mal bei Level 1 und dann können wir ein bisschen drauf rechnen. Heizlad doch mal. Okay. Soll ich noch was mitnehmen? Keine Ahnung. Mit Schuss. Mit Schuss. Mit Schuss. Mit Schuss. Ja, das kann ich ja schon machen. Das ist irgendwie so richtig kaltes Tier. Das ist richtig gutes Team Tier, ne? Und richtig Team Tier. Auch. Ja, wenn dann einer läuft und der andere kann dann nach hinten so schießen, dann kann man immer vor allem wegrennen. nicht mehr. Ja, das kann ich noch nicht mehr machen. Ja. Ja. Das ist ja das. Das ist ja das, was ich ganz sicher gemacht habe. sind jetzt gekauft ich bin der Tag und wahrscheinlich schützen es steht auch immer das ist gekauft wird so wie es von so einer fucking fuck Opfermöcke angehen aus meiner Tasche hat gefunden aber dass er abtür und ganz viele die Kieger das wo bis dahin ist und ich nicht nur und ich hatte in das Kurs war in ganz kurz was für den Machen Ich will eben ganz kurz und Als ob man keinen Patchy tragen kann Okay, so respawn, respawn Ich kann gar nicht respawn Warum nicht? Keine Ahnung, jedenfalls nicht am Bett Ja okay, dann mach einfach eben Dann nimm oder was? Nein, 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 halt in der Nähe hier Jetzt auf einmal doch, keine Ahnung So jetzt geht's Kannst du mich denn mitnehmen, ich hab ja null Gewicht Okay okay, ja dann Ist bist du dran? Ja Okay, wir müssen aber eben noch einmal Stamina aufladen Weil ich bin halt die ganze Zeit da oben geflogen Da war halt so ein roter Patchy und ich wollte den halt mitnehmen Ich stehe hier am besten genau dahinter Oder davor Stamina, Stamina, Stamina Okay Richtig? Ja Jetzt hast du mich Lass ich sie ja die Stamina, Junge, wie die runtergeht, Alter So eklig Soll ich den dann jetzt irgendwie droppen? Ja Davon ist auch dein Case Ja Hier Wird ich denn jetzt gestorben eigentlich Siehst du meine Packung? Ja, die war da vorne, also da zwischen den Steinen ist sie irgendwo Weil ich flieg mal weg und dann losse ich dich mal dahin Wird er wirklich schnell hingehen wegen ihm Zurück, zurück, zurück Weiter am Strand, weiter am Strand, also ist auf jeden Fall gelber Sand da drunter Da, jetzt genau da Und jetzt geradeaus genau rein, genau rein In den Wald In den Wald Genau, jetzt nach links Stopp, stopp, nach links ein Stück Nach links, nach links, nach links Nach links Jetzt wieder geradeaus Also nach links und geradeaus Wieso? Jetzt geradeaus, jetzt geradeaus, nein, jetzt wieder zurück, zurück, zurück Da, zurück, 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 zurück Und du bist tot Warum? Als ob der hier hochkommt, Mann Und als ob der schneller ist als ich Hier steckt ein Kano fest, noch ein anderer Die ist unter dem Stein, unter dem Stein Du musst den Stein dafür abbauen Die, da ist wahrscheinlich Der neben ist ein ganz kleiner Stein, der ist da drin gespawnt, wahrscheinlich Zieh das nicht abhauen, ich habe keine Schwitzhacke, deshalb Äh Genau hier müsste das sein Siehst du das schon? Äh Bist du da eine Kano? Ja Sicher, dass es da drunter war Wo ist die Tasche jetzt? Nice Hä, die muss Ach, doll, doll Ach, die schwebt da in der Luft War die, glaube ich, gar nicht da dran Gläu Ja Da war die Geschichte da oben drauf Ja Wo ist man jetzt? Hoffentlich wird der Gardinmus nicht gekillt Das ist ein Kano, der L4, der feststeckt Das ist ein Kano, der L4, der feststeckt Man ist es so schade, wenn da ist ein andere Kano Auch man, das ist ein Kano Auch man, das ist ein Kano Wo war der denn ungefähr? Ja, andere, weil ich bin ja durch den Wald gerannt Ach stimmt, ich muss erst mal nach Hause, ich habe ganz viel mit Heimat Okay, so, äh, nee, dran kann ich nicht Warum nicht? Was man im Testen? Bist du denn mal nicht sozial? Nee, du kriegst den hier nicht wie 100 Ich wieg 200 Ich wieg 230 Okay Ich nehme mal eben einen Dimorphodon mit Kann man den mitnehmen? Nö, ich hab den einfach nur angegriffen Nö, ich hab den einfach nur angegriffen Nö, ich hab den einfach nur angegriffen Du weißt, es hat dich angreift, ne? Nö, deswegen nehm ich den hier mit Und nicht den Peteraner an Ja, ich weiß Ja, ich weiß Ich nehm den hier mit Aber der ist wahrscheinlich jetzt schon gar nicht mehr Auf mich ärgere Weil ich jetzt so lieber nett bin Oder einfach nur schnell Ach, das Das ist Ähm So, Akku Level 47 ist hier drunter Oh, nice Getamed Ja, und die wurden Die haben ja alle den angegriffen Die haben ja alle irgendwas angegriffen Weil die da oben angegriffen wurden Und ich sieh'n Ich sieh'n Raptor-Geste- Äh'n Alpha-Gestank da oben Ob ich auf dem Berg gesehen W-Woran die hin? Wer denn? Der muss gleich mal was nachgucken mit meinem Vogel Ich mein' ich hab'n Raptor auch gesehen Oh, oh Oh, oh Oh, Junge Ich hab grad richtig Schiss, Alter Hallo, willst du vielleicht mitkommen? Ich? Ne Nein, der da Ja Hier sind nämlich paar Leute geflohen Einfach mal von aus dem Paradies raus Guck mal hier, wenn ich hier alles hinterher schleppe Lol Die sind einfach mal Die sind einfach alle straight zum Alpha-Raptor hingerannt Killer auch Ja, da ist ein Alpha-Raptor Wo? Hier oben drauf Wo? Da, wo ich sieh'n mich, wo ich bin, oben Der ist der 6 Das war der zweite, die wir da gesehen hatten Wo? Hier oben So, 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 so Da von Haus, wenn man auf dem Haus steht Hier über dir Da, da, da bist du Da oben Da, wo ich jetzt hingucke Da oben ist der Alpha-Raptor Level 6 Das war der zweite, die wir da gesehen hatten Weiß ich meine? Okay Ganz am Ende wurde ich ja nochmal vom Alpha-Raptor Level 6 gekillt Weiß noch? Ja Und das ist der jetzt Oh, Junge So, ekelig, Alter Eifach abdorn, Alter Wir brauchen den Gigaluton Kommt ins Paradies, meine Freunde Ist einfach so geil, dass wir auch einfach zwei Peteranodons haben Ja Ja Alter, und wir haben einfach mal ein zweites Krokodil Ich wollte jetzt einmal mit einem Krokodil los, mit welchem soll ich losgehen? Immer mit dem Schwächeren, oder? Mit dem, warum, wo, zu wem, wohin denn? Ähm, Ölfarm Ja, 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 genau So, dann das mit dem Schwächeren Willst du mich dann mit dem Petri rüber begleiten? Ja Aber ich will eben noch alle hier, äh, reintun Ja So, das Level ab Ich mach nochmal Oh, der scheiß Bronto, ne Ja Alter Ist aber gut, dass der jetzt jedenfalls ein bisschen in Sicherheit ist Hey, der kann von hinten und von hier angegriffen werden Ja Habe ich gesagt, dass Sako bett in Sicherheit ist? Weil ich, ich pack da mal den, ich pack den guten Sako mal so, wie ich die Anna Sako Ich versuche den Bronto mal ein bisschen anders zu machen Jürgen Ijo, Alter, was macht der mit seinem Oberschenkel? Alter, wie ekelig Das schlackert der da wieder rum, oder was? Ja, mega Ist dir nicht, dass der einfach rüber als irgendwas so runtergesprungen kommt? Weit meiner? der bronteur ich hasse ihn mann hatte das ist zu dumm zu laufen so ich habe den zweiten als ob der wie weit steckt er denn das ist ich mir auf jeden fall in den links ist ein bisschen fleisch schmidt weil er dann sonst hunger hat er führt er jetzt an sie angegriffen das wäre mega geil der bronto da würde er nämlich einmal ein hotshot geben Snoppy wer ist Snoppy wer ist Snoppy wer ist Snoppy wer ist Snoppy es ist auch das ist das ach das ist das andere Kugel die gewesen stimmt ja wo ist andere dann Snoppy nennen m als er die langen für die oder kommt so ein Peter an oder noch ne oder hast du hast du auch sieht ob sie schon gehört es geht nicht nur oder ich auch nicht nur jetzt mal wo ich so kann hat es ist glaube ich ein bisschen jetzt habe ich auch nicht dran gedacht dass man irgendwas man brauchen könnte ja aber später bei der Waren kriegt man Scooper Gier ich glaube es ganz spät oder ja 75 schade schade